so heute sind wir zum barbecue hier am strand unten hier gibt es leckeres essen man kann sich raussuchen was man essen möchte und das brutzeln wir uns ganz lecker zeige ich euch mal kurz das kleine buffet jetzt abends dann auch immer die disco hier ist party abends hier ist eine große bar und da gibt es leckerheiten so liebe natasha wie gefällt es dir hier das abendessen und wir werden es uns gut gehen lassen sehr schön danke so